hey und willkommen zu minecraft nummer 61 müssen wir inzwischen angekommen sein und ich hoffe die webcam sollte jetzt wieder klappen hoffe ich wahrscheinlich stürzt sie in fünf minuten ab und alle dateien sind verloren aber nachher wissen ja in der letzten folge gestorben ist das traurig oh mein skin ist wie mal wieder da endlich mal in den letzten paar zwei seien wow what the fuck alter okay also es tut ordentlich längen okay sound kommt jetzt auch langsam dazu warum habe ich hier zucker dinge okay erstmal hole ich mir wieder mein equipment so circa und was war noch mal mein plan also meine rüstung zu holen und dann war was eigentlich jetzt mein plan ich habe ja ich habe hier meine rüstung meine waffen reingetan okay der plan war es gleich zu holen also ich weiß nicht mehr wo das genau ist okay stimmt ich habe es ja ich habe es gefotograft ich kann wieder nachgucken ja gut dann machen wir das mein gott dieses leimbolls ich will sie unbedingt haben okay jetzt bin ich wenigstens voll iron und bin ausgerillt essen brauche ich essen brauche ich essen ist wichtig oh gott ich hatte ja noch so 100 steaks irgendwo übrig irgendwie äh öpfel ne öpfel nicht warte ich habe doch auch dinge bevor ich auf die jagd gegangen bin das ist ja noch nicht mal fertig war ich außer reichweite oder so keine ahnung so ähm ja warte mal wie gehen das noch mal steuern ne windows haste er aber das genau dann gehe ich auf das ordner minecraft screenshots wenn das mit fleisch am brutzeln das ist so das so da haben wir es ja oh gott um gottes willen dann gehe ich auf das mit dem dann gehe ich nur ab und ich bin dann gehe ich einfach da ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist zwar weggegangen, aber es ist immer noch fail. Ach, geschafft. Okay, dann tue ich das hier mal rein. Ähm, ähm, mhm, das war es ja dann auch wieder. Ein Bett habe ich, kann ich mir ein Bett machen? Nee, ne, nein. Äh, hier brennt ja auch was. Ja, cool. Jungle Wood. So, ich mach mir erstmal ne Kiste. Äh, nicht da rein. Da, nein. Und ein Pfeil. Pfeil klingt gut. Hab ich 17 Stück. Ich hab einen halb kaputten Bogen, aber okay. Ja, schlafen gehen kann ich ja nicht. Gut, dann muss ich wohl weiter. Ab, 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 ab. Hör auf. Zu lecken. Äh, ich bin grad echt voll dumm, ne? Ich hab, warte mal. Da kann ich ja erstens mein RAM weiter... Äh, mein RAM. Hey. Heute ist echt nicht mein Tag. Da kann ich ja mein Renderprogramm weiterlaufen lassen, wenn's nicht daran liegt. Und... Ja, das war's eigentlich größtenteils. Das war alles, was ich sagen wollte, aber ich war zu dumm, irgendwie was zu sagen. Mein Gehirn muss auch erstmal hochfahren. Ich, ich hab lange Tage hinter mir. Sehr lange, schwierige Tage. So. Ähm. 600. Das war wo auf 1300, ne? Oh Gott, das dauert ja immer noch wen. Ich geh erst mal auf 1300 in die Richtung. Autsch. So, dann muss ich auch mal wieder was essen. 1300, 1300, 1300, 1300. Oh. Das war jetzt selten dumm von mir. Wirklich, das war grandios. So, was mach ich normalerweise? Ja, nicht mal ich mach sowas. Weil ich dumm bin. Ich hoffe einfach nur, das ganze Scheiße ist nicht gespawnt. Ansonsten... Naja, okay, ich weiß ja, wo alles liegt. Da gehen einfach nur ein paar Folgen drauf. Und... Ich... krieg graue Haare, verrecke früher. Und... werde elendig sterben. Oh. Nein, ich hab am meisten Angst und meine schönen... Warte mal, ein Tempel. Ach, wie nice. Da hat die... Dann hat die Sinn ja in Folge. Nein, da hat die Folge ja einen Sinn. Ich hab... Oder ist das überhaupt... Nee, nee, das sind nur Steine. Oh, es sah aus wie ein Tempel. Und fuck, warum brennt das hier nicht? Das sah ohne Scheiß aus wie ein Scheiß Tempel. Fuck, bin ich blöd. Mann, ich bin... Ey, heute ist echt nicht mein Tag. Meine Augen sind nicht gut. Ich sehe irgendwie alles verschwommen. Denk... Wenn ihr hier macht, was es will. Ich müsste immer noch viel weiter in die ein... Hä, stimmt das überhaupt? Stimmt die Richtung eigentlich? Das war minus 1300. Und... Also bei X und bei Z war es minus 1600. 1600. Aber einen Berg hier erinnere ich mich gar nicht. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit in die Richtung irgendwie in den Urwald rein. Und jetzt laufe ich ja irgendwie schräg durch. Doch, doch, hier war ich. Oh, wow, shut the fuck up. Wow, fast bis zum Grund. Ja. Hm. Auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich die RAM-Zuweisung weiter erhöhe von Minecraft. Oder das kann ja gar nicht sein. Dass da irgendwie 500 Megabyte zugewiesen sind und das völlig überlastet ist. Ich meine, ich habe 12 Gigabyte RAM. Okay, 12 Gigabyte ist jetzt auch nicht wirklich viel für Leute, die viel mit dem PC machen. Aber mir reicht's. Und ich werde es eh irgendwann mal erweitern, wenn ich mal genug Cash habe, dass ich es mir leisten kann. Oh, das dauert so lange. Ich werde, ich werde die, okay, wenn ihr bis dahin noch durchgehalten habt, ich werde die restliche Folge laufen. Sobald ich angekommen bin, fängt die neue Folge an. Also, ihr könnt ruhig wegschalten, wenn ihr wollt. Weil ich werde jetzt nur dumme Scheiße labern. Mich verletzen. Oh, hey, das ist cool, dass Fallschaden nicht mehr anerkannt wird. Äh, auf jeden Fall. Ich werde nur noch Scheiße labern. Und sobald ich dort bin, mache ich einen Cut. Und ich, ja. Scheinchen in der Mitte. Warum ist hier, hier ist überall Lava. Ey, warum verbrennt der Scheiß-Urwald nicht? Hier ist überall Lava. Hm, egal. Okay, ich bin auf 1060, also minus 1060. Und ich habe immer noch kein Tempel gefunden. Scheiße, Meise. Aber ich bin schon bei der Bei Z bin ich schon fast Ich bin bei beiden fast da. Bei beiden noch minus 200 circa. Ey, 200 Blöcke. Es gibt hier keine Minusblöcke. Das heißt Da bin ich schon fast da. Und da noch 200 Also jetzt noch da wegen. Ah, das leckt ja echt. Wie auf einem schlechten Server. Und ich habe Hunger. Das müsste eigentlich heißen Wenn... Jawohl. Okay. Ich muss jetzt schnell machen Und nicht sterben. Nicht sterben. Ich muss schnell machen Und meine Items wieder kriegen. Wenn ich wüsste, wo sie wären. Ich glaube... Ja, es muss ja weiter in die Richtung Ich war ja bei circa minus 3 Äh, minus 1300. Oh, 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 leck. Ich bin da hinten irgendwo So am Ende gestorben. Bin ich nicht im Wasser gestorben? Hier bin ich doch irgendwo verreckt, oder? Ach du Scheiße. Bis ich die finde. Die haben fünf Minuten, ne? Und wie schnell kommt man in den Radius? Ich bin da glaube ich jetzt Relativ schnell reingegaloppiert. Das heißt... Drei Minuten... Na Gott, wir haben schon von überzogen, die Folge. Die Sonnenlicht geht auf. Ist scheißegal. Items können ja nicht verbrennen, oder so. Okay, nee, das ist mir gerade viel zu kritisch. Ich beende den Part jetzt Und was ich... Ich schaue mir jetzt glaube ich dann meine eigene Folge kurz an, um zu gucken... Äh, ich sehe ihn noch nicht mal hochgeladen. Ich schaue mir, ähm, die Datei dann an, um zu gucken, wo ich circa gestorben bin. Hol sie dann, und dann fange ich das neue Video an. Und dann werdet ihr im nächsten Part sehen, ob... Oh, ich bin da voll weit weggegangen, sorry. Also, dann werdet ihr im nächsten Part sehen, ob ich... ... meine Items wiederbekommen habe. Bis dann. Ciao. Oh, fuck. I am Kalis. I am Kalis. I am Kalis. Ich bin Kalis.